Ja, das mit den ganzen Päkinieren ist das etwas ungünstig. Jetzt bauen die sie nicht da wahrscheinlich wieder auf. Oh nö. Wir werden angegriffen. Ja, ihr solltet jetzt... Danke, ihr macht den schönen Russen nach. Hauptsache auf die Zivilisten. Es ist unglaublich, die bauen sich hier wirklich wieder auf. Nee. Freundin, der Turm darf nicht aufgebaut werden. Ja, Milon, mit ganzem Herzen. Milon. Vorwärts, Kavallerie. Stets zu dienst. Wir werden angegriffen. Mit ganzem Herzen. Für Ruhm und Ehre. What? Ach man, mein ganzes Belagungskanon. Woher haben die jetzt die Ressourcen eigentlich? Das muss ich mich gerade frage. Ja, Milon. Wir werden angegriffen. Ja, Milon. Milon. Für Ruhm und Ehre. Ja, unverzüglich. Ja, Milon. Für Ruhm und Ehre. Ja, Milon. Mit ganzem Herzen. Ziel. Wir werden angegriffen. Vorwärts, Kavallerie. Ja, Milon. Hinaus. Wir werden angegriffen. Hinaus. Vorwärts, Kavallerie. Milon. Schwertkämpfer vorwärts. Vorwärts, Kavallerie. Milon. Vorwärts, Kavallerie. Ja, Milon. Machen wir mal ein paar mehr Schwertkämpfer. Die sind ja relativ gut gegangen, so was. Ich beginne, die werden ein bisschen zu langsam. Seine Hintern weggeschossen. Für Ruhm und Ehre. Ja, Milon. An die Säbel und Angriff. Stets zu Diensten. Tod den Heiden. Wir werden angegriffen. Hinaus. Ja. Gut. Ja. Wir werden angegriffen. Vorwärts, Kavallerie. Ziel. Mit meiner Ehre. Ja. 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 Ja, die Pekinierer sind echt keine gute Ware. Wir werden angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Mit ganzer Halt. Pekinierer, vorder auf. Ziel. Ja, Milon. Die ist stief. Die sterben echt schnell. Wir werden angegriffen. Mit meiner Ehre. Kavallerie. Vorwärts. Ja, Milon. Alles andere auch. Schwerstkämpfer vorwärts. Ja. Ach. Der greift das ganze Zeit das Haus an. Oh. Wir werden angegriffen. Schwerstkämpfer vorwärts. Schwerstkämpfer vorwärts. Ja, Milon. Milon. Schwerstkämpfer vorwärts. Wir werden angegriffen. Ja, Milon. Für Ruhm und Ehre. Stets zu Diensten. Mit ganzem Herzen. Ja, Milon. Tod den Heiden. Milon. Mit ganzem Herzen. Die geben echt nicht auf. Wir werden angegriffen. Ja, Milon. Tod den Heiden. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ja, Milon. Für Ruhm und Ehre. Wir werden angegriffen. Ja, Milon. Wir werden angegriffen. Stets zu Diensten. Tod den Heiden. Ja, Milon. Das ist aber echt eine Sache, die ich... Das ist eine Sache, die ich ja nach... Empire prätisiere. Die bauen... Wie... Die Karnicke sich ja überall wirklich aus. Ja gut, mach ich auch. Ich muss... Man muss sich eigentlich... Komplett nur mit Basen vollbauen, damit man überhaupt... Chance... Sie müssenchlossen für R Alpha riesen. Wir werden angegriffen. Komm! Gut! Wir werden angegriffen. Und verzöckchen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Schwertkämpfer vorwärts. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Wir werden angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Wir werden angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Ja, Milon. Schwertkämpfer vorwärts. Und was bin ich jetzt schon wieder abgesch... Für Ruhm und Ehre. Ja, Milon. Milon. Schwertkämpfer vorwärts. Ja, Milon. Aber auch nur knapp. Für Ruhm und Ehre. Ja, Milon. Schwertkämpfer vorwärts. Ja, Milon. Und vor allem, die bauen sich jetzt halt wieder den ganzen Türmen wieder auf und... Ja, Milon. Ja, Milon. Mit ganzem Herzen. Milon. Wir werden angegriffen. Guck mal, da werde ich auch angegriffen. Ja. Gut. Ja, Milon. Ja. Ja, Milon. Für Ruhm und Ehre. Wir werden angegriffen. Ja, Milon. Für Ruhm und Ehre. Schwertkämpfer vorwärts. Ja, Milon. Für Ruhm und Ehre. Ja, Milon. Ja, Milon. Ja. Für Ruhm und Ehre. Schwerstkämpfer vorwärts. Tod den Heiden. Bis Wiesen. Ich dürfte gerne auch. Ja, wieder Schwerstkämpfer vorwärts. Wir werden angegriffen. Tod den Heiden. Ihr seid... Wenn es davor die Mörser waren, sind es jetzt diese... Schlimmen Einheiten da angeht. Ach, Mann. Ja, wieder Schwerstkämpfer vorwärts. Wir werden angegriffen. Ui. Das bleibt mit einer Nahrung schon zu Ende. Ja. Gut. Ja. Unverzöglich. Ja, gut. Milo, mitmachen. Wir werden angegriffen. Ja, wir gehen ihre vorwärts. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Schles zu dienst. Mit ganzem Herzen. Milo. Und den Heiden. Schles mit ganzem Herzen. Für den Arm und Ehren. Wir werden angegriffen. Milo. Schwertkämpfer vorwärts. Für den Thron. Geh raus. Unverzöglich. Ziel. Schwertkämpfer vorwärts. Die sind scheinbar auch sehr gläubisch, die Leute. Die versuchen echt um alles in der Welt, dass die Kirche am Stehen bleibt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Unverzöglich. Milo. Für den Ruhm und Ehren. Schwert. Woran bist du jetzt gestorben? Herzenfakt? Wir werden angegriffen. Du bist in Heiden. Ja, Milo. Mit ganzem Herzen. Milo. Und den Heiden. Schwertkämpfer vorwärts. 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 Und wie sie sich immer so einählen können. Das ist eine Stärke an der Karriere. Vorwärts. 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 Ja. Da muss ich mir noch eine Mühle bauen. Guckt euch das an. Nur. Milo. Milo. Vorwärts. Hinaus. Vorwärts. Vorwärts. Hinaus. Bis zu dienst. Tot den Heiden. Ja. Tot den Heiden. Milo. Hinaus. Ja. Milo. Ja, Milo. Pekiniere, vorwärts. Mit meiner Ehre. Für den Thron. Hinaus. Ja, Milo. Für den Thron. Wir werden angegriffen. Wie viele Ressourcen das überhaupt auch sein müssen, so die ganzen Einheiten grönen. Ja, Milo. Hm? Ja, gut. Ja? Gut. Hm? 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 Ja? 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 Ich warte jetzt bis meine Stärke wieder... Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Flieger auf meinem Bildschirm Ich muss die echt einwollen, dass sie ein bisschen Für den Thron Mit ganzem Herzen Und den Helm lassen können, ey Das ist ja Mit ganzem Herzen Dafür habe ich doch die Tausendenden von Stein Indem ich einfach mal was Sinnvolles damit mache Oh Selbst das bleibt dir nicht mehr vergönnt Komm Junge, eins gegen eins Lauf Oh Das ist kein 1-2-1 Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir haben da Hau Out Alter Alter Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Schwertkämpfer vorwärts Führung Wir werden angegriffen 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 Ich glaube nicht Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Ja, Schwertkämpfer vorwärts Milo Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Für Ruhm und Ehre Wir werden angegriffen Könnt man mal in den Kommentaren Was ihr denn wirklich mal für Themen hättet Die euch mal interessieren Die Wo ich mich mal Äußern sollte Oder Out Schiffen Was vielleicht interessant wäre Was man Wird mal wissen Ich bin jetzt Nicht die beste Quelle Das weiß ich Aber das könnte ja mal Trotzdem sagen Was man so mit Meinung hat Weil jeder Mensch hat ja Eine eigene Meinung Wär ja auch schade Wär ja auch schade Wenn nicht Aber sonst ist es ziemlich langweil Boah ey Das ist doch schon wieder Nur weil man Die Waffen hat Heißt das nicht Dass man die Einwände setzen muss Was Ja gut Ist was machen Aber Hey Wir haben ja ihren Bonus auf Schießpulver einhalten Weiter 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 Wo kommst du denn jetzt auf jeden Fall her Und natürlich kommt's Und jetzt von der Seite Lustig seid ihr Seid echt lustig Nein Ach man Seid ihr jetzt Wir werden angegriffen Mit meiner Ehre 617 ist es sich Leben zu Ja okay Ganz ich sind sogar meine Ja okay Wir sind natürlich stärker Wär traurig wenn nicht Aber Es ist machbar Wenn jetzt nicht die ganze Zeit Das sind diese Ne Mit Serpents Oder Basilisken hier rum Aber Das sind Pelzschlangen Ja das sind Serpents Für den Thron Mit meiner Ehre Mit meiner Ehre Da dich muss ich weg machen Du nervst Mit meiner Ehre So guck mal Ritter Hat keinen Bock zu campen Mit meiner Ehre Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Warte ich tu mal ein paar von den Wikinger an die sind glaube ich getarnt oder nicht Ey guck Ey guck Das ist schon wieder Guckt mal hier an Er hat nichts anderes Auf dem Feld Das Traurige Es funktioniert Wir sollten mal ein paar von denen rumlaufen Wir sollten mal ein paar von denen rumlaufen Mit meiner Ehre Für den Thron Wir werden angegriffen Mit meiner Ehre Dann sind alle so aggressiv Das sind schon Für den Thron Wir werden angegriffen Hier haben wir noch ein Stück Mauer. Mauer zu bauen. Mauer ich den ein und dann hoffe ich mal, dass es besser klappt. Jetzt würde ich auch noch ein bisschen mehr beim Geschehen sein und dann... Ich glaube das auch. Zack direkt wieder nicht mehr beim Geschehen. Unverzüglich. Ja, gut. Ja, es tut mir leid aber ich muss, ich muss da nachgucken. Ja, gut. Ja, gut. Da ist schon wieder so eine Schlange. Ja, gut. Unverzüglich. Nein. Böse. Wir sind teuer. Mann. 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 Wir werden angegriffen. Für den Thron. Wir werden angegriffen. Wir sind in den Tod. Stets zu diensten. Mit meiner Ehre. Wir sind in den Tod. Ei, ihr macht ja äußerst viel Schaden, Jungs. Ich merke schon, ihr seid ein Enttäuscher. Wir werden angegriffen. Guck mal, aber jetzt können die nicht mehr so einfach durch. Mit 19 haben sie leben. Wir werden angegriffen. Ja, Milo. Oh. Ihr kommt da einfach niemand vorbei. Okay, außer der, der scheinbar Magier ist, hauptberuflich. Oh! Jungs, ihr habt einen Job! Wie könnt ihr denn den Job sofort verkacken? Ja, Milo, ich gebe dir vor der Hand! Ja, Milo, ich gebe dir vor der Hand! Ja, Milo, ja, Milo, ja, Milo, ja, Milo! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Milo, ja, Milo, mit ganzem Herzen! Guckt mal, unsere Langwunschschüsse sind sogar auch gehandelt. Da sind mehr Zip-Hands. Da ist noch ein Turm. Nee! Mit ganzem Herzen! Ja, absolut! Wir werden angegriffen! Mit meiner Ehre! Ist okay! Mit derえー llegiert! Ich glaube aber, der geht so langsam in den Wald aus. Meine Chance. Geht so weit um seiner Wald aus. Doch. Ja, Milo. Milo. Mit meiner Ehre. Vorwärts, Kabel. Hinaus. Milo. Für Ruhm und Ehre. Mit meiner Ehre. Milo. Für Ruhm und Ehre. Wir sind da jetzt. Aber diese Wand hat echt was gebracht. Ja. Wir werden angegriffen. Oh, Mont Ehre. Wand OP würde ich mal sagen. Jetzt ziehen wir die Schlinge langsamer sicher zu. Also das einzig Trauer ist, man braucht Ballistik. Ey, das ist... Hui. Jetzt greifen die da an. Für den Thron. encerl. Hinaus. Provärts, Kavallerie. Henaus. Schwerstkampf vorwärts. Mit meiner Ehre, wir werden angegriffen für den Thron. Hinaus! Für Ruhm und Ehre! So, langsamer sichern. Wir werden angegriffen. Für den Thron. Hinaus! Vorwärts Kavallerie! Hinaus! Wir werden angegriffen. Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre! Mit meiner Ehre! Für Ruhm und Ehre! Ja, Milan! Ja, Milan! Schwerstkampf vorwärts! Ja, Milan! Wir werden angegriffen für den Thron. Wie könnt ihr so... Dagegen... Ach... Mann, oh! Schwertkämpfer vorwärts! Ja, Milan! Für Ruhm und Ehre! Mit ganzem Herzen! Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre! Geil! Wir werden den Kassel. Was ist denn? Wir werden den Schraub und Ehre! Was ist denn? Wir werden den Händen nicht was? Wir werden die Händen nicht mehr. Wir werden sie in die Händen nicht mehr so. Mit ganzem Herzen. Aber leider ist das nicht so, dass... ...weil sie sich erwartet hat, dass sie noch einen Stock wegwürdig sind. Wobei ich das aber auch, glaube ich, dann nicht geschafft hätte, wenn... ...wenn sie sich wirklich dann... ...dagegen gestellt hätten. Muss ich dazu aber auch sagen. Ich habe ja jetzt schon Probleme, und wenn die jetzt noch einen Stock wegwürdig sind, äh, noch ein... ...seit also mehr hätten, dann... ...würde ich hier echt verzweifeln, glaube ich. Weil ich muss dann gucken, ob ich vielleicht dann nochmal die... ...Mission von Rochstone nochmal nachspiele, weil ich... ...und vielleicht so viel aufnehmen, wenn ich das noch nicht getan habe. Ich... ...meine, ich hätte... ...ich bin mir grad nicht sicher. Kann ich ja gleich einfach nachgucken. ...mit ganzen Herzen... ...würde ich... ...mit ganzen Herzen... ...mit ganzen Herzen... ...mit ganzen Herzen... ...leute was zur Hölle... ...macht die da oben... ...n riesen Party... ...so... ...jetzt gibt's Krieg... ...stets zu Diensten... ...hinaus! Vorwärts, Cavallerie! So, ihr beiden... ...guckt mal nach, ob da was ist... ...ja, Milo... ...ja, Milo... ...mit ganzen Herzen... ...Milo... ...Milo... ...tot den Heiden... ...ja, Milo... ...mit ganzen Herzen... ...Milo... 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 Schwertkämpfer vorwärts! Vorwärts, Kavallerie! Mit meiner Ehre Stets zu diensten Tod den Heiden So Unverzüglich Wir werden angegriffen Gut Unverzüglich Gut Unverzüglich Gut Unverzüglich Gut Unverzüglich Nochmal So, aber scheinbar haben wir nichts mehr hier Das heißt, wir Gehen da jetzt mal Langsam hin Wir werden angegriffen Vorwärts, Kavallerie! Hinaus! Ja, Milord Ja, Milord Stets zu diensten Vorwärts, Kavallerie! Ja, Milord Stets zu diensten Tod den Heiden Ja, Milord Schwertkämpfer vorwärts! Vorwärts, Kavallerie! Ja, Milord Schwertkämpfer vorwärts! Vorwärts, Kavallerie! Milord Schwertkämpfer vorwärts! Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre! Ja, genau Hinaus! Ja, Milord Stets zu diensten Stets zu diensten Tod den Heiden Ja, Milord Schwertkämpfer vorwärts! Vorwärts, Kavallerie! Mit ganzem Herzen Vorwärts, Kavallerie! Ja, Milord Schwertkämpfer vorwärts! Ja Ja Schwertkämpfer vorwärts! Tod den Heiden Mit ganzem Herzen Tod den Heiden Hinaus! Vorwärts, Kavallerie! Hinaus! Bis jetzt, Milord Vorwärts, Kavallerie! Mit meiner Ehre! Ja, Milord Und den Heiden Lass dich überall auszugen Ja, Milord Für Ruhm und Ehre! Mit ganzem Herzen Ja, Milord Und den Heiden Mit ganzem Herzen Ja, Milord Für Ruhm und Ehre! Hinaus! Ja, Milord Ja, Milord Vorwärts! Guck mal Hier ist ja noch ein Rammer Ja, Milord Für Ruhm und Ehre! Ja, Milord Für Ruhm und Ehre! An die Säbel und Angriff! Wir werden angegriffen! Ja, Milord Ja, Milord Und den Heiden Ja, Milord Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre! Ja, Milord Mit ganzem Herzen Ja, Milord Hier wieder eine Völkerwanderung. Aber wir haben es langsam nicht. Mit ganzem Herzen. Tod den Heiden. Mit ganzem Herzen. Tod den Heiden. Schwertkörper vorwärts. Ja, Milo. Tod den Heiden. Ja. 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 Kämpfer vorwärts. 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 Ja. Ja. Die bauen sich jetzt da oben wieder auf. Nee. 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 Dann знamen. Ja. 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 so da ist eine siedlerin und die wurde durch oder ja stochen ja durch von der peak von piken hier ja ich habe es drauf na so ein bisschen länger dauert als gedacht aber gut das spiel beendet tatsächlich ist nicht weitergegangen militär und wirtschaft wollen die warum habe ich mehr er deutlich mehr jetzt nicht aber er hat mehr gesammelt hier 500 10.000 dafür habe ich da sonst haben darf knapp 10.000 einheiten mehr gesammelt dafür habe ich mehr verbrauch okay eltenbürger forschung tatsächlich war ich von der armee starke gar nicht mal so schlecht ich hatte bei dem ersten kampf dann erstmal nicht viel verloren das war echt gut muss man ja sagen okay gut was war das ich wollte einmal nur kurz eine kampagne russische kampagne tatsächlich habe ich das nicht gemacht okay und wäre es vielleicht mal eine sache ich würde überlegen ob ich dann das wir so durchspiele für mich und dann die mission mal zeige weil ich finde die hat richtig viel spaß gemacht wenn ich auch so denke ich mal kann man echt sagen dass man die gut spielen kann naja und dass man da auch auch wenn man eigentlich das gesamte braucht eigentlich die ganze story das ist doch vielleicht cool ist die zu spielen aber ihr müsst ja entscheiden ob ihr vielleicht das kampagnen einmal chronologisch haben wollt oder ob ihr mal einfach so all zwischendurch haben wollt gut ich bedanke mich einmal fürs zu sehen ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann bis dann bei ab Вид denn können wir ja auf wo wo